Hi, mein Name ist André Sotow, willkommen bei Zotography und bei diesem Tutorial werden wir durchgehen, wie wir Staub in das Bild einfügen, unseren coolen Stranger Things ähnlichen Effekt kreieren. Viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's auch schnell los. So, ich befinde mich jetzt bei Photoshop und was machen wir, um einen Stranger Things ähnlichen Effekt zu kreieren, also sprich unseren Staub hier einfügen. Klar, eigentlich versucht man immer Staub wegzuretuschieren, aber in diesem Fall werden wir Staub erstellen. Natürlich kann man sagen, okay, die erste Möglichkeit ist, ich mache mir eine neue Ebene und werde mir jetzt meinen Pinsel nehmen, weiße Farbe, 100% Fluss und dann mache ich mir schön kleine Pünktchen und dann irgendwann habe ich ein bisschen Staub hier im Bild. Aber, erstens, das dauert Ewigkeiten, zweitens, Menschen sind dafür ausgelegt, dass wir Sachen nicht komplett ähnlich machen, äh, komplett verschieden machen und das wird einfach irgendwann später immer so ein, äh, ja, solche Linien, äh, solche Linien werden dann erstellt. Also wenn man ja sagt, okay, hier ist eine Linie, hier ist eine Linie, das wird halt nicht komplett durcheinander sein, wie Staub im Normalfall. Also werden wir zu einer anderen Möglichkeit greifen und zwar werden wir unseren eigenen Staubpinsel erstellen. Cool, oder? Das machen wir, indem wir hier das Ganze erstmal kurz löschen. Ich erstelle mir eine neue Ebene, äh, neue Ebene, neues Dokument. Und werde sagen, das soll ungefähr 1000x1000 Pixel sein. Nein, es ist eigentlich im Grunde egal, man kann auch 500x500 Pixel machen, also spielt eigentlich im Groben gar keine große Rolle. Jetzt werde ich mir einen, äh, schwarzen Pinsel nehmen und werde mir solche, ähm, ja, Staubflecke reinmalen, aber nicht viel und vielleicht alle ein bisschen verschieden, vielleicht sogar mit weniger Fluss. Wie gesagt, gar nicht mal so viele davon, einfach damit das irgendwie nach einem Staub aussieht. Finde ich eigentlich soweit ganz cool. Ähm, hier vielleicht, siehst du, jetzt habe ich das gemacht, jetzt ist es auch wieder gleich. Und jetzt, wenn ich hier einfach irgendwo hier so ein Krümel hinzufügen. Und jetzt gehe ich hier einmal auf Bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen und werde das Ganze jetzt als, äh, Staub benennen. Staub Tutorial. Cool. Äh, und drücke einfach auf OK. Und jetzt sieht man, jetzt habe ich einen Pinsel mit Staub, einen Staubpinsel. Und so erstellt man einen Pinsel in Photoshop. Also etwas auf weißem und schwarzem Hintergrund einfach machen. Also sprich schwarz malen auf dem weißen Hintergrund oder andersrum. Und das Ganze dann durch Bearbeiten und Pinselvorgabe erstellen. Okay, wir gehen also hier in unser Bild jetzt. Und wir möchten gerne hier Staub, damit der Staub von oben kommt. Wir erstellen uns also eine Ebene. Und werden uns jetzt die Farbe Weiß rausnehmen. Und jetzt denke ich mir, ah cool, jetzt mache ich mir so einen Staub rein. Und das sieht einfach mal gar nicht mehr nach Staub aus, sondern nach irgendeinem Dreck. Und das sieht auch nicht cool aus. Also, was können wir dagegen tun? Wir werden also unsere Pinsel-Einstellungen hier bearbeiten. Wenn du diese Pinsel-Einstellungen hier rechts nicht hast, dann musst du einmal hier auf Fenster klicken. Und dann hast du hier deine Pinsel-Einstellungen. Dann musst du einmal draufklicken und dann wirst du das Ganze hier auch sehen. In den Pinsel-Einstellungen wird uns hier unten nochmal gezeigt, wie unser Pinsel aussieht. Es ist ja auch wirklich so, wie es hier aussieht. Ich gehe mal hier einmal drüber. Und man sieht, ich gehe mal auf 100% los. Es sieht auch so aus. Also sprich, uns wird unser Pinsel einfach so wiederholt die ganze Zeit, so ähnlich. Und das sieht nicht cool aus. Also, beziehungsweise, das sieht nicht für unsere Zwecke, also für unsere Zwecke sieht das nicht cool aus. Deshalb gehen wir hier einmal auf Form-Eigenschaften. Und werden uns die Größen hier, die Größen-Jitter ändern. Und man sieht schon, wie krass das auch zuwirkt. Das ist jetzt nicht mehr so gleich, sondern es ist ein bisschen unterschiedlicher. Mindestdurchmesser ist egal. Winkel. Jetzt ändern wir den Winkel. Das heißt, wenn wir den Winkel ändern, dann wird unser Pinsel immer wieder, bei jedes Mal, wenn wir dann malen, gedreht. Sprich, wir ziehen jetzt einmal so eine Linie von links nach rechts. Und in diesem Fall, was wir jetzt haben, wird uns das einfach geklont, sozusagen. Wenn wir das aber jetzt in den Winkel einstellen, dann wird es uns nicht einfach geklont, sondern jeder weitere Schritt wird einmal gedreht. Das sieht man nochmal hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ich probiere das einmal hier aus. Man sieht, es sieht jetzt im Vergleich zu dem ersten Ergebnis auf jeden Fall um einiges und einiges besser aus. Jetzt gehen wir einmal in die Streuung. Und man kennt es ja, Staub ist normal nicht einfach auf einem Fleck und ganz, ganz fies, sondern es ist ein bisschen verstreut. Und das machen wir jetzt, indem wir hier die Streuung ein bisschen einstellen. Wie gesagt, hier kann man immer nochmal schauen, wie das Ganze hier auswirkt. Und jetzt male ich einfach hier drüber. Und man sieht, es ist auf jeden Fall verstreuter. Es sieht auch schon wie Staub aus. Gut, mehr müssen wir hier eigentlich nicht mehr machen. Was machen wir noch? Wünsdurchmesser ist eigentlich egal. Finde ich eigentlich soweit so gut. Man kann natürlich noch mehr streuen. Sieht eigentlich schon besser aus. Und man sieht, es ist auch immer unterschiedlich. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Mir gefällt das auf jeden Fall. Okay, wir belassen erstmal dabei. Sieht auf jeden Fall, wie gesagt, schon mal ganz cool aus. Und jetzt lösche ich die ganze Ebene hier. Da wir überall hier drüber gemalt haben, werde mir jetzt eine neue Ebene kreieren. Und wir haben hier, wenn wir rechts draufklicken, hier unseren Staub-Tutorial-Pinsel. Und ich werde mir jetzt ganz einfach, vielleicht sogar mit geringerem Fluss, einmal hier so einen Staub reinmalen. Überall im Bild ein bisschen. Man kann natürlich öfters drüber gehen, wenn man möchte. Dann ist das natürlich stärker. Ich würde das mal kurz vor. Und zwar werde ich jetzt an aller Stelle die ganze Zeit weitermalen. Und man sieht, hier ist auf jeden Fall mehr Staub als überall sonst. Ist auch ein cooler Effekt, denn wir möchten jetzt zum Beispiel den Staub hier im Licht ein bisschen mehr haben. Dafür würde ich aber nochmal eine neue Ebene kreieren am besten. Und nur hier malen, damit wir hier auch das Ganze verbessern können. Also jetzt ist natürlich viel zu viel Staub. Wir werden also die Deckkraft hier ein bisschen verändern. Und das gefällt mir eigentlich gar nicht mal so gut. So ist das auf jeden Fall besser. Und man kennt das ja, in den dunklen Stellen sieht man weniger Staub als in den hellen Stellen. Da reflektiert es ja auch am meisten. Sprich, wo das Licht ist, sieht man Staub, weil Staub halt Reflexion zurückwirft. Und wo kein Licht ist, ist auch schwarz und man sieht auch keinen Staub. Deshalb werden wir unsere Maske hier einmal aktivieren. Und können das Ganze jetzt mit einem schwarzen Verlauf, so mit einem schwarz-weißen Verlauf hier, und einem radialen Verlauf hier einmal ausblenden. Wir können aber das Ganze einmal um, denn man kennt das ja, was weiß in der Maske ist, ist aktiv. Was schwarz in der Maske ist, ist inaktiv. Und deshalb werden wir weiß hier vorne erstellen. So sieht unsere Maske dann dementsprechend aus. Hier ist unser Staub aktiv und drumherum ist das nicht mehr so aktiv. Ich ziehe mir das Ganze aber ein bisschen größer. So sieht das Ganze eigentlich schon mal gut aus. Ich blende mal kurz die Maske aus. Man sieht hier ein paar Staubflecken. Man kann natürlich auch selbst in der Maske ein bisschen reinmalen. Und man sagt zum Beispiel, okay, ich nehme mir jetzt wieder meinen normalen Pinsel hier. Und ich möchte doch mit weißer Farbe noch ein bisschen hier, ein bisschen was von diesem Staub einblenden. Genauso wie hier ein bisschen was davon. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Hier würde ich vielleicht noch mit weniger Fluss arbeiten und mir ein bisschen mehr Staub hier noch einfügen. Und so finde ich eigentlich das Ganze schon mal sehr nice. Und jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Filmlook in das Bild hier reinbringen. Und zwar würde ich mit dem V-Balance ganz in die Tiefen ein bisschen mehr Zyren reinbringen. Und dann ein bisschen mehr Blau. Vielleicht sogar ein bisschen Grün. Und in die Lichter werde ich mir dann so einen rötlichen Ton mal reinbringen. Vielleicht noch ein bisschen was von diesem Gelb. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und wir werden hier in den Tonnenweltkorrekturen uns die Schwarzen ein bisschen zurücknehmen. So, das Bild also ein bisschen flauer gestalten. Und hier sieht man auch schon besser, dass hier noch ein bisschen Staub rumfliegt. Wir möchten diesen Staub noch ein kleines bisschen entfernen. Wir werden uns hier den Staub auch ein bisschen zurücknehmen, damit es nicht so krass stark auswirkt. Und dann können wir uns hier trotzdem noch, falls wir sagen, okay, mir ist hier zu wenig Staub drumherum, ein bisschen muss es schon sein. Deshalb scrollt man einfach zu seinem Staub-Tutorial-Pinsel oder einfach Staub-Pinsel, ist ja egal. Ich werde mir hier Fluss nochmal stärker nehmen, einen größeren Pinsel und werde mir hier... So. Ah, okay. Gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Und zwar haben wir die Einstellung nicht gespeichert. Das sollte man natürlich machen. Und zwar gehe ich nochmal hier in unsere Pinsel-Einstellungen, werde wieder die Größe von Jitter ändern, Winkel ein bisschen verändern und die Streuung verändern. Okay. Und jetzt geht man hier einmal auf dieses Symbol mit diesen vier oder fünf Strichen und dann sagen wir neue Pinsel-Vorgabe. Und das benennen wir dann auch zum Beispiel als Staub-Tutorial fertig oder eingestellt. Ja, das ist eher so. Okay. So, Pinsel-Vorgabe erfassen. Okay. Und wenn wir jetzt auf unseren hier Tutorial eingestellt gehen, dann wird das auch immer so verstreut sein. Cool. Dann werde ich mir das Ganze ein bisschen hier verstreuen. und werde den Effekt aber hier um einiges zurücknehmen. So, vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner. Damit da ein bisschen mehr Staub rumfliegt. Und so finde ich das Ganze eigentlich schon mal ganz cool. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und wenn es dir zum Beispiel zu klein, zu groß ist, kannst du die Ebene ja immer noch transformieren und das Ganze ein bisschen größer ziehen oder auch verschieben. Das war's von mir für heute. Und ich denke mal, wir haben auf jeden Fall einen coolen Effekt erstellt. Und damit kann man ja sehr surrealistische und interessante Bilder erstellen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, denn es kommen einige coole YouTube-Videos und Photoshop-Tutorials und Lightroom-Tutorials und alles andere im Bereich Fotografie. Und ja, ich würde mal sagen, probiere das Ganze aus. Du kannst dir das Bild auch in der Beschreibung hier runterladen. Du kannst selbst ein bisschen experimentieren, was du so daraus machst. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Fotografie. Bis zum nächsten Mal bei Fotografie.